hallo liebe musikfreunde aus lübeck ich bin heute in imkendorf aus diesem herrlichen gut mit dem schönen herrenhaus in dem wunderbaren park und wir spielen mit der philharmonie der nationen und wir sind ja ich weiß gar nicht wie viel wir heute aber so ungefähr 70 musiker sind wir und wir freuen uns alle dass wir hier sind und dass wir die kombination von natur und musik hier erleben können und erlebbar machen